Heute spielen wir Who's Your Daddy, aber wir werden einem Bär begegnen. Vertraut mir, wenn ich sage, dass ihr die Folge nicht verpassen wollt. Viel Spaß! Hey, Kaspar! Seit wann sind wir denn Brüder? Alter, was geht ab, Bro? Alles klar bei dir, oder was? Hi, ja, hi. Was hast du denn da über deinem Kopf? Das ist nur mein neuer Propellerhut. Ah ja, das läutet nämlich ganz komisch da. Ich mag dich nicht. Wie du magst mich nicht. Wie du magst mich nicht. Wieso magst du mich nicht? Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes vor, wollte ich dir das noch sagen. Und zwar werden wir heute den Bären aus der Nachbarschaft beschwören. Sag mal, hast du deine Ekel... Hast du deine Ekel... Alter, hör mal auf damit! Hä? Alter, ich seh gar nichts mehr, bist du ekel, oder was? Stinke, Baby, Stinke, Baby, du bist voll am Stinken. Du bist selber ein Stinker. Guck mal, guck mal, guck mal, da hat Papa sein Handy versteckt. Hier vorne. Wow, ich hab das Tablet. Ja, ja. Warte mal, Baby-Kamera? So, die liegt irgendwo auf dem Boden. Oh mein Gott, was ist denn das? Ja, Hilfe! Hilfe, Kasper! Ah, die Plastiktüte! Mach sie weg! Mach sie weg! Mach sie weg, Kasper! Okay, komm her, komm her, komm her. Schnell, ich krieg keine Luft mehr. Und? Mach sie weg! Der ist nicht runter da, du... Was machst du auch? Ja, ich glaube, das war's ehrlich gesagt mit dir. Warte mal, ich hab hier einen Staubsauger, damit geht das doch. Doch, doch, schnell weg! Saugen! Ey, jetzt ist mein Hut weg! Hast du meinen Hut geklaut? Ist er noch in der Tüte drin? Guck mal hier, was ich kann! Wow! Wo bist du denn? Alter, was ist denn das? Sag mal auf damit, Kollege! Mach auf, das tut weh! Ich spiel dir mal ein Lied, okay? Okay. Warte, dann spiel ich dir aber auch ein Lied. Ich mag dein blödes... Okay, du am Schlagzeug, ich am Klavier. Alles klar, machen wir. Alter! Du bist ja völlig am Durchdrehen! Okay, pass auf, weißt du was? Wir müssten unsere Mission verfolgen. Wir haben eine Mission zu erledigen, okay? Na gut, welche Mission ist das? Und zwar herrscht draußen ein böser Bär. Okay, Papa, Mama sind anscheinend nicht da, ne? Wo sind die? Echt nicht? Warst du schon mal auf dem Dachboden, als die nicht da waren? Nein, noch nicht. Lass mal gucken. Wollen wir auf den Dachboden gehen? Kommen wir da überhaupt dran, oder müssen wir das noch Teamwork? Ich glaube, wir müssen hier hochklettern oder so. Wow, du warst alles voll kaputt! Verdammt! Kommt man da ran irgendwie? Warte nochmal! Sprich du mal auf meine Schulter rauf, vielleicht bringt das was. Warte, hier, spring mal auf mich rauf. Und jetzt hab ich rauf. Geht nicht, geht nicht. Wir sind unsichtbar durcheinander. Jetzt? Ja! Oh! Ah! Ah! Ich bin in die Couch gefallen! Ich bin in die Couch gefallen! Okay, also auf den Dachboden können wir anscheinend leider nicht rauf, aber... Ich bin in Papas Spielraum! Hihi! Wow! Wo bist du? Ich hab den Kollegen... Hast du eine Trompete? Komm schon, Bruno! Fass! Fass! Wow, ey, dann hör auf, das macht den Hund ganz wild! Ich weiß, ich weiß! Hör auf zu spielen! Okay, pass auf! Und zwar... Guck mal, ich kann den Ball richtig wegschieben. Und zwar müssen wir uns ja auch... Sag mal was! Hör auf damit! Der isst hier alles! Guck mal! Ey, der soll aufhören, was alles zu essen! Der isst hier alles! Alter, wir haben den Tisch kaputt gemacht! Alter! Okay, pass auf! Okay, pass auf, pass auf! Geh mal von Bruno runter! Geh mal von Bruno runter! Und zwar... So? Hol die mal... Ah! 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 Hör auf damit! Hör auf! Komm runter! Du hast irgendwas von Bären gesagt! Wo ist jetzt dieser Bär? Der isst drauf! Hey! Oh mein Gott! Komm mal runter! Niemals! Komm mal so... Wow! So, und zwar... Hol die am besten auch mal irgendwas zu verteidigen! Man weiß ja nicht, wie aggressiv die Bären sind! Okay, ich hab schon eine ganz gute Idee! Ich hab nämlich einen Taser! Okay, das ist gut! Okay, wie finden wir jetzt diesen Bären? Und wo ist der? Warte mal! Ah! 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 Was los, Kollege? Hast du... Haben wir beide ein Problem oder haben wir... Ah! 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 Lass da mit, du blödes Wee! Aua! Du weh, sagst mal! Was macht denn Bruno da? Äh! Wieso? So ein Ferkel! Hat er hingekackt? Nein! Äh! Was macht denn? Er macht da wirklich was! Der macht Liegestütze! Lass, lass mir Bruno erstmal in Ruhe, oder? Okay, okay, okay. Und zwar, du hast meine ganze Lunge entleert mit dem doofen Laser. Ja, wenn du halt keine Ausdauer hast, man muss halt ein bisschen sportlicher sein. Guck mal, hier können wir spielen! Wieso? Ach, draußen im Wasser. Hier! Wow! Ich wollte schon die ganze Zeit damit fahren. Ich frag mich auch gerade, wo jetzt hier ungefähr... Alter, da sind explodierende Autos! Die Autos! Was ist passiert? Alter, ich bin weggeschleudert worden! Da sind Autos explodiert. Wieso hat das Auto gerade gebrannt? Wie hat es denn alles gebrannt? Okay, warte. Wurdest du wie? Bist du einfach raufgegangen, oder was? Ja, ich bin einfach... Ich bin auf einmal rausgerutscht worden aus der Rutsche und auf einmal bin ich... Oh! Oh! Pass auf! Oh mein Gott! Pass auf! Siehst du das? Da war schon ein Geisterfahrer. Alter, das ist echt... Guck mal da! Oh Gott, pass auf! Oh Gott, nein! Warum brennen die alle? Okay. Weiß ich auch nicht. Ich komme zu dir, warte, ich komme zu dir. Und zwar... Warte mal. Was ist das denn hier? Wollen wir die Steine auf die Autos werfen? Ja! Nicht auf mich! Ja, auf die Autos. Okay, wir können hier gerne auf die Autos werfen. Oh, die sind... Die sind mir gerade zu schnell unterwegs. Glaubst du, wir können die Autos so anhalten? Ja, ne? Ich glaube, vielleicht. Aber weißt du, ich habe gerade was entdeckt, was du noch nicht entdeckt hast? Wieso? Wieso? Was ist das? Ja. Ja, der Lüftungsschacht, oder was? Ja. Okay. Oh. 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 Alter, ich bin auf dem Geheimeingang. Ja, das meine ich ja. Alter. Ich will auch hoch, wo geht das nicht? Ich komme nicht hoch. Wo geht das hier in so ein Geheimraum? Warte, ich komme, warte auf mich. Ich warte, ich warte, ich warte. Alter, komm hoch hier, komm hoch hier. Du kannst doch vom... Das Ding ist, du hast leider meine ganze Energie weggemacht mit dem Doven. Ich sehe dich da unten stehen. Wie eine Lusche. Ich muss kurz warten. Du Lusche. Ja, du hast mit dem Doven Taser. Ich glaube, du hängst den Busch fest. Gar nicht. Na komm. Irgendwann sind Busch fest. Und nochmal springen. Wow. Alter. Alter, Alter, ich kann dir aber was verraten. Du kannst auch vom Haus... Du kannst auch vom Haus... reingehen, ne? Will ich aber nicht. Ich gehe jetzt von da rein. Du musst das Zimmer unserer Eltern. Da kannst du auch rein. Ich gehe jetzt von da rein, hier. Kannst du das sein? So, na klar. Und rauf da. Und springen. Wow. Ey, das kann doch nicht sein. Wo bist du denn jetzt? Wo bist du? Ich bin ganz hinten hier. Ist das im Garten irgendwo, oder was? Ich bin im Briefkasten. Nein, das kam rüber. Dann musst du das über das Zimmer der Eltern, Mann. Ich gehe schon mal hin. Nein, ich gehe schon mal hin. Ich will jetzt hier rein. Ich komme jetzt. Ich bin jetzt auf dem Weg hier. Du musst nur auf mich warten. Okay, was ist das denn hier? Deo. Warte mal. Ich habe hier ein bisschen Deo gefunden. Vielleicht kann ich dich damit absprühen. Okay, ich bin drin. Okay, ich bin drin. Alles gut. Jetzt komm mal her. Ich habe hier was für dich. Guck mal. Was ist denn das? Hä? Schau mal. Das ist ganz gut für dich, oder? Hey, jetzt rieche ich voll gut. Das ist Deo. Ja, Alter. Riech's gut. Bisschen verteilen das Ding hier, ne? Ey, natürlich echt cool. Guck mal, wo wir jetzt sind. Wir sind im Zimmer der Eltern. Und das Zimmer war auch abgeschlossen. Wir hatten da vorne gar nicht reingekommen. Alter, weil die natürlich losgegangen sind, ne? Ist hier irgendwas drin? Oh, ja, wir dürfen hier nicht reingekommen. Oh mein Gott. Ist da irgendwas drin? Was ist denn hier in den Schubladen? Oh, da ist irgendwas. Warte mal, das ist ein Lolli. Ist doch gar nichts. Alter! Alter! Was hast du gemacht? Ich bin hier in Lolli gekommen, habe ich das Gefühl. Du bist dann höher gekommen, das Ding ist umgekippt. Alter! Wow! Oh, liegt da eine Seife. Ein Hammer und Gabel. Gagagugu! Gagagugu! Hier, nimm mal lieber den Schnuller, du bist auch so ein richtiges Baby. Guck mal, wie schnell ich bin. Neee. Ja, du bist echt ganz schnell. Was ist das hinterher? Guck mal, ein Fernseher. Ja, natürlich hast du nicht gesehen. Warte mal. Hol mal ein Feuerzeug und ich sprüge mit dem Deo. Oh. Soll ich das Feuerzeug in der Kommode treffe? Oh mein Gott, ganz viele Erdnüsse. Lecker! Was? Ich kann leider keine Erdnüsse essen. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Eine Tube. Guck mal hier. Ein Hotdog? Guck mal. Und warum haben die denn einen Cheeseburger und einen Hotdog in der... Hier! Wie ist das denn? Ah! Ah! Alter, was ist denn das, ey? Ey, ich sehe da unten einen Rufus, soll ich den gestützten machen. Du meinst Bruno! Bruno, ja, Bruno. Lass mal Bruno da. Jetzt hol mal ein Feuerzeug. Ich will jetzt hier... Ja, das ist unten. Ja, lass uns das holen, weil wir brauchen das für den Bären. Wir brauchen das für den Bären. Ich bin echt mal gespannt, ob den Bären kommt der gleich? Ne, wir müssen den, äh, hervor... so hervorzaubern. Okay, okay, okay. Mit so einer Tröte oder sowas. Äh, ja, ich hab schon ne grobe Vorahnung. Ich guck mal, ob hier in der Garage vielleicht, äh, ein Feuerzeug ist. Müsst die ja eigentlich sein. Ich guck mal draußen in so einer Box, da könnte das nämlich auch das Ding drin sein. Ey, jetzt kann ich hier nicht rein. Was soll das denn? Ich hab auch keine Kraft mehr. Ja, du bist auch ein schwach. Bist auch ein ganz schwaches Baby. Ja, da vorn bist du. Hä, was machst du mit deinem Arm? Ja, ich... Wie? Was mach ich mit meinem Arm? Warum ist dein Arm so lang? Gar nichts. So, kann ich das dir aufmachen? Das kannst du nicht aufmachen, ne? Du hast ein Feuerzeug jetzt? Nein, ich war doch noch nicht mal drin. Oh, was machst du denn mit deinem Arm? Warum hältst du denn irgendwas fest? Ich war mit meinem Arm gar nichts. Jetzt komm rein hier. Komm, wir gehen erst mal rein. Warte, ist hier der Schlüssel? Was ist das? Was hast du da? Was denn das? Was hast du da? Was ist das? Zeig mal. Zeig mal. Was ist das für ein Geräusch? Das ist die Tröte. Der Bär kommt. Oh. Hör auf. Wo soll der denn kommen? Da hinten. Oh mein Gott, da ist der. Wo denn? Da liegt das hier. Was? Fass auf die Autos. Hol Feuerzeug. Alter, was machen wir jetzt? Hol Feuerzeug, Kasper. Oh mein Gott. Rein, 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 rein. Komm, da. Auf uns geht's los. Oh. 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 Der frisst dich. Nein. 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 Oh, das war der mit dir. Ah. Ich lopfe das. Oh mein Gott. Rein jetzt, rein, schnell. Hilfe. Kasper, geh rein ins Haus. Ah. Lass mich zurück. Komm rein. Lass mich zurück. Oh Gott, ich komm rein, komm rein. Hol das doofe Feuerzeug. Ich hab, ja, wo ist das? Hier die Kerze. Die Kerze. Genau. Und jetzt geh hin. Alter, der pinkelt oder sowas. Was macht er da? Ich hab die Kerze. Gib mir das Spray. Nein. Ich sprach. Wow. Alter, der hab ich voll gehauen. Du blöder Bär, hau ab. Nein. Feuerzeug, Kasper. Ich brauch das Feuerzeug. Ich hab's dir auch gerufen. Ich hab Baseballschläger. Warum bist du so rot? Komm her hier, du blöder Bär. Hau ihn. Komm, ja. Oh. Alter, ruf noch mal ein. Was? Hast du noch die Tröte? Hast du noch die Tröte? Wie viel Fleisch liegt dir? Ich hab ihn gleich gehauen. Was? Ein Schlag. Alter, wo ist die Tröte? Die liegt hier irgendwo. Ruf noch mal ein, Alter. Ich weiß nur, der hatte ja gar keine Chance gegen mich. Den hab ich komplett kaputt gehauen. Hast du die Tröte gefunden? Ich hab sie. Okay, komm her, komm her. Ich ruf ihn jetzt wieder. Ich ruf den Bären, okay? Okay, okay, okay. Dann ruf man den Bären. Gut. Wir können auch irgendwie auf den rauf gehen. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Da ist er. Oh, da ist er. Mach das Garagending auf. Netter Bär. Da kann man in den Keller, in den Keller, in den Keller, in den Keller. Schnell. Komm, schnell in den Keller, bevor er uns das angreift. Wir müssen den irgendwie zähnen. Wir müssen den irgendwie zähnen. Ich überlege gerade auch, wie. Vielleicht mit Fleisch. Ich glaub, du hast Fleisch im Kühlschrank. Ja, stimmt. Hier sind wir. Oh mein Gott. Hier sind wir. Oh mein Gott, der kommt auf mich gesprintet. Los, komm in den Keller. Reicht er mich an? Ich komm in den Keller. Ich guck dir, der ist lieb zu mir. Der mag mich. Der muss. Was machst du? Ah, er hat mich gehauen. Nein. Pass doch auf, sag mal. Pass mal, ich komm schnell in den Keller. Komm rein. Ich hör nur guselige Geräusche da oben. Oh ey, warum machst du die Tür auf? Ich war oben drauf. Ey. Ey Mann, warum machst du die Tür auf? Ich hab doch gar die Tür gar nichts gemacht. Na, sag mal. Ich versteck mich im Briefkasten. Ich versteck mich im Briefkasten. Alles gut. Ich komm hoch, ich komm hoch jetzt. Ah, er kann mir trotzdem Schaden machen. Ich brauch irgendwie mehr Energie, sag mal. Ich mein, er ist die ganze Zeit erschöpft hier. Ja, meiner auch. Oh mein Gott, er hängt fest. Das ist meine Chance. Hol mal schnell Fleisch, Kasper. Ich ruf ihn. Okay, ich hol ein Stück Klei aus der Küche, okay? Ja, ich glaub schon. Komm her, du netter Bär. Ey, jetzt hab ich auch noch vom Auto angefahren. Nein, der Bär ist bei mir. Alter, Hilfe, Kasper. Jetzt nicht drauf gehen. Ich bin gleich bei der Küche. Ja, okay, ich hüpfe gerade in den Keller rein. Okay, okay. So, erstmal die Tür. Du hast die beiden Türen aufgemacht. So, jetzt bin ich bei der Sicherheit. Sag mal, nicht in den Keller jetzt. Das brauchst du richtig lang, bis du raus bist. Ich bin jetzt im Keller. Ich bin jetzt im Keller. Oh nein. Ich hab den Ballblaster. Damit könnten wir ihn auch abschießen. Also brauchst du lange, bis ich draußen bin. Bin draußen. Ja, weil du die Treppe hochklettern musst wieder. Bin ich doch schon draußen. Ey, du bist doch draußen. Hast du jetzt das Fleisch geholt? Ja, ich hol das doch gerade, sag mal. Oh, wie lange brauchst du denn? Ja, meine Hattie ist die ganze Zeit erschöpft. Ich kann nur gehen. Der braucht ein Bübel lange. Ich weiß nicht, wieso. Da, eine Kakerlake. Kakerlake. So, Fleisch. Okay, ich hab das Fleisch. Warte. Oh, ich werde mit dem Dart-Pfeil. Ich werfe jetzt mit dem Dart-Pfeil ab. Ja, dann noch nicht. Noch nicht. Ich lasse mich erst kommen. Ja, okay. Ich bin hier unten bereit. Im Keller. Ja, wie im Keller? Ich dachte, du bist draußen. Ja, draußen kann ich nicht sein, weil der Bär draußen ist. Mann, Alter. Ich bin doch hier extra und hab das Hühnchen jetzt rausgeholt. Oh mein Gott. Ich hab ihn angepiekst. Er ist angepiekst. Ah, ist sauer. Ich bin fast tot. Bist du brav? Wo ist er denn? Mir geht's gerade gar nicht gut, Caspar. Wo ist er? Im Garten. Da ist er. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Komm her, wetter Bär. Ich muss kurz hochgehen, Bro. Noch nichts machen. Ich hab das Hühnchen. Oh, komm jetzt hier. Schön mit dem Stück Fleisch zu dem. Ja, und das Leib ist sogar vergammelt. Mal gucken. Wo ist denn der jetzt? Der Bär. Oh, hier. Ich hör ihn. Hier hinten. Da hinten. Da ist er. Oh Gott. Oh, oh. Wie machen wir das jetzt? Wie füttert man den? Oh, oh. Äh. Ah. Hast du ihn gefüttert? Nein, ich hab's gegen ihn geworfen. Das hat nichts gebracht. Er hat's gegessen. Ja. Ja. Sehr gut. Oh. Jetzt. Wow. Wow. Du bist oben auf den Bären drauf. Warte, hier. Alter. Wie cool ist denn das? Der ist einfach oben auf den Bären. Lass mich auch mal. Ich will auch mal. Geh runter da. Au. Au. Das ist doch weh. Tut das echt weh? Ja, hör auf damit jetzt. Lass mich auch mal. Au. Pass auf. Hier ist das doofe Hähnchen von dir. Kein Mutters, dass ich da habe heute. Ja, ich will auch mal auf den Bären reiten. Ich will das auch mal sehen. Hau ab da jetzt. Hau ab da. Es geht ab bei dem. Alter, du kannst ja gar nicht den Steuern. Jetzt komm mal her hier. Ah. Ich will nur noch mal reiten. Ich komme. Ich komme. Oh mein Gott. Und er pinkelt jetzt an. Ich weiß nicht. Ja. Was willst du? Was willst du? Ey, nein. Nein, hau ab. Wo bist du? Ich bin der bessere Bruder. Okay, du willst also Stress, ja? Du willst also Stress. Warte. Warte, die Steine auf den Bären zu werfen. Warte, trau dich doch. Komm doch, komm doch ruhig rein, wenn du willst. Wow. Komm doch ruhig ins Haus, Kaspar. Okay, dann komme ich halt rein. Wenn du wirklich so Stress willst, dann komme ich halt rein. Mach mal auf hier. Ja, jetzt. Mach auf die Tür. Die ist verklemmt oder so. Die Tür klemmt. Au. Jetzt. Mach mal auf für mich. Nein. Was hast du mit den Bären gemacht? Ich habe ihn geholt. Oh mein Gott. Aber er war nicht wecker. Ich glaube, das Fleisch war nicht mehr gut. Oh nein. Ich bin auch grün. Ich muss überall. Oh, gar nicht gut. Schauen wir mal hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.